Les Noms du Père, der Name des Vates, ou les Noms du Père, die Nicht-Irren, die Nicht-Dupierten irren sich. Oder wer gewinnt, verliert, wer verliert, kann vielleicht gewinnen. Wer kein Risiko eingeht, hat von vornherein schon verloren. Errare humanum est. Irre sind auch Menschen, lautet die zutreffende Übersetzung. Da kommen ein paar Menschen, ob das irre sind, denn mit Vernünftigen ist nichts anzufangen.